So, herzlich willkommen zurück Leute zu einer weiteren Folge World War Z, wieder mit dem guten Tabasco unterwegs. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei Folge 2, wie ihr sehen könnt, aktuell Akt 1 Hirnchirurgie. Mich freut es, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr alle aktuell so treu seid. Und wenn euch Let's Plays gefallen, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo. Und dann sehen wir uns definitiv, wenn ihr die Notification-Belle auch aktiviert, definitiv am nächsten Video wieder. Also, wir beginnen jetzt mal mit der Hirnchirurgie. Alles klar, presse den Button. So, Tabakko, ich hab bereit gedrückt. Okay. Oh, ich will auch nochmal die... Nein! Ich will den Charakter wechseln. Ich nehm den da. Von der Presse, wir sind von der Presse, ja? Äh, ich bin rausgeflogen, Digga, ich bin nicht mal nur in der Lobby. Schnell Einladung, rein jetzt hier. Hast du extra gemacht, Junge? Nein, hab ich nicht. So, jetzt, bereit. Warte, ich muss den Charakter rausfüllen. Der, Mann, der ist cool. Yeah. Du hast bestimmt den Haarringen genommen. Der ist cool. Ich hab den von der Presse genommen, weil der auch so eine schöne Käppi aufhat, wie ihr schon. Mh. Machen wir jetzt auch so ein Presse-Käppi. Du nimmst eigentlich gar nicht drauf? Nee, überhaupt nicht. Würde ich nie drauf kommen. Okay. Warte mal, warte, warte, ich muss... So, Press. Ja, ich würd's ja hier drauf machen, aber das sieht man dann nicht. Was? Oh, ich wollt mir Press auf meine Kappe machen, aber geht nicht. Ach so. Zeeker 300 tief in Greengolds Haus. Wir müssen für Backup halten. Er ist tot, wenn wir warten. Wir müssen ihn jetzt rausziehen. Lass mal loslegen. Hey, better be quiet. Ach so, warte, 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 du, ähm, du hast vergessen aufzunehmen. Du musst noch aufnehmen. Soll ich dich, äh, ja, träum mich ruhig, Alter. Ich hab vorhin vergessen aufzunehmen, jetzt läuft alles. Leise, wir müssen leise sein, Fettsack. Okay, okay. Ich bin von der Presse, Mann. Oh, er macht krass. Ich hab einen Schalldämpfer, das tut es vielleicht. Ich hab auch einen Schalldämpfer. Nein, aufzunehmen. Natürlich. Ich hab' diese Strämpfer und bekomm' die Defensers ab. Boah, hier ist eine Waffe? Boah. Boah. Geht aus dem Weg. Ich hab' einen Aufklärer gewährt. Ich aktiviere mal die Schönheit hier für dich, so. Wo Verteidiger den Kontrollpunkt? Was hab' ich getan? Ich hab' die Mission ausgelöst, Digga. Ich hab' die Mission ausgelöst, Digga. Not dying today, Motherfuckers. I'm reloading! Grenade out! Jetzt verlieben wir wegen dir. Super. Nix, Alter. Ist alles geplant. Ich hab' den Dude, Alter, der schießt von da oben mit der Pumpgun runter. so macht man das man also immer geradeaus es ist genau für mein name angepasst professionell und tödlich um rechts ich sehe das da gibt es gerade ja aber spätere verlaufen ganz verstaunlich so alles weiß ja ja ich gehe mal nach oben weil er jetzt gehen wir müssen green girls haut erreichen was macht ihr hier oben müssen da unten er springt einfach runter ja 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 was du denn noch da oben nein wie heißt ich duckt der fettsack okay okay dankeschön ich weiß Nein, weißt du nicht? Doch, ich soll die Munition davon haben. Seh ich so aus? Ja, hab ich. So ein Gears of War Deckungssystem wär noch geil jetzt. Ich höre einen Lurker. Ich sehe einen Jacksband. Ja. Okay, okay. Lurker! Lurker! Immer das Nutzlastgewehr. Weil das könnte uns von Nutzen sein. Geht's hier nicht Munition? Äh, ne, ne, nicht. Also ich glaube noch nicht, noch nicht. Ich sehe dich, Alpha. Du kommst auf dem Objektiv. Head for the Searchlight. Wir haben Offizie. Wir rennen da schon wieder so vor? Wie meinst du? Wer wohl? Wir sind zu zweit in der Lobby. Ich bin letzter. Nein, du bist ganz vorne. Ne, ich muss erst zu euch rennen. Siehst du, wie bin ich? Du bist ein Schwätzer bist du. Das muss doch wehtun, Alter. Nö. Für dich. Nein. Nur für dich. Als Strafe. Ja, ja. Ja, wie gesagt. Ich kann meinen Trieb noch nicht zurückhalten. Copy that. Get to the house. Ich muss meinem Trieb folgen. Tut mir leid, Digga. So. Banat sind immer gut. We need some grenades. Ups. These bodies look at least a week old. Ich hoffe nicht, gibt's hier was Gescheites drinne. Ich will mal ein Sturmgewehr oder so. Na ja, oben oben. Ne, hier, komm her. Hier gibt's so ein Sturm. Ah doch, hier sind ja. Aua. 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 Du musst dich engagieren. Ich steck vor dich. Ich steck vor dich. Uuuh. Kaliber 50 schlägt hier rum. Einfach mal so. Wo ist Daniel? Daniel. Daniel müsste oben, ne Daniel ist. Daniel ist unten. Der muss geheilt werden. Da oben ist der Typ. Das ist wie von I am legend, Alter. Da sind ja Glasscheiben. Auf die Tür, Junge, komm rein hier. Okay, vielleicht bist du sicherer hinter den Glasscheiben. Stay here, Green Gold. Okay. Got a real load. Oh. Oh. Was macht denn der hier oben, Alter? Oh. 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 give it away. Oh. 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 dann was musst du dann ich habe gerade ein zombie zu danke schön gerne doch ein reloading auch mal in der barrikade in reis aufgebrochen gestorben am stacheldraht nice ich gehe mal eine mission holen schade dass hier schau mal den sportkarabiner ich kann nicht ohne die launchcodes ich kann nicht ohne die launchcodes ohne sie ist das Satellite sinnlos wo sind sie? okay ich habe sie verraten eine ist im hospital und eine ist im konsult bist du schuldig? wir müssen die launchcodes die launchcodes dina geht mit dir mit dann nehme ich daniel sehr gute idee los daniel nicht so wie du wo geht es hier lang? ach hier lang? nach unten ein mal nach unten ein mal nach unten oder was? ich schuldig geht zum zweiten der schreier ist da und hat sich ausgeschreit das ist nicht so gut ich habe glaube ich die zweite aktentasche ich habe die zweite aktentasche ich habe die zweite aktentasche ich habe die zweite aktentasche sehr gut Oh jetzt hin hier ist ohne mich wärst du jetzt zwei stunden herum gelaufen die lounge Ja, das ist wirklich... Genau. Ja, ich muss den Schreiheizern aufschreiben. Ja, ja, ja. Die wollen zum Doktor? Zum Doktor gesaved halt. Oh nee, wir müssen weiter. Oh, Muni. Ist der Munition? Nee. Aber ein Bull-Up-Gewehr. Ja, die ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Ihr kommt in die Suppe heute Abend. Hinter dir. Ach, das ist der Doktor. Sorry Doktor. Irgendwas ist da unter uns. Oh, hier kommen die hoch. Ich hab sogar noch Stacheldraht, Alter. Oh, nice. Nice. Ich hab einen Autofahrung. Stürmkarabiner. Das ist genau meine Reichweite, Alter. Ich bin... auch immer stürmisch. Ich glaube, es ist die letzte Verteidigung. Die letzte Schlacht. Ihr müsst es hier erreichen. Oh nein. Sie haben einen Doktor. Wir haben das verliebt, Alter. Er kleidet nicht hoch, Alter. Er kleidet nicht hoch, Alter. Er kleidet nicht. Ach so. Ich hab doch nicht mal auf. Schut him up! Schut him up! Warte, Doktor Sie, ne? Das war so zu viel, oder? Oh, ja, Doktor Sie, ne? Was war denn das, Alter? Naja, ich glaube, man kann einfach nicht mehr hoch. Ey, wir hätten uns verloren. Okay, jetzt alle hierher. Los. Das ist wahr, bitches! Das ist wahr, bitches! Das ist wahr! Okay. Ich sehe einen Screamer! Ich sehe einen Screamer! Bisschen! Was ist denn da los jetzt? Oh, da kommen sie, da kommen sie. Huhuhuu! Nein, nein! Lass, lass sie, lass sie mal kommen, lass sie kommen, Alter. Okay. Ich spare deine Munition und schaffen. Juhuhuhu, hinter dir hinter dir. Oh, ja! Happy Birthday! Stay! Oh, die Autoturrets, Alter! Auch so ein Ding! Oh, ich sehe einen Gatschmann! What the fuck is going on, Phoenix? I need more time! I need more time! Mit Tee! Ja, ich weiß. Ja, ich dachte nicht. Ja, ich hab da auch mal einen markiert. Ja, ich hab da auch mal einen markiert. Nur, ich weiß nicht. Das ist das, Junge. Ich weiß nicht, das ist das, Junge. Ich weiß nicht, das ist das! Dimm mich! zu dem helio oder nein kaputt wer hat mich gerade niedergeballer weiter du hast mich wieder geschossen so leute danke fürs zusehen das war's mit jerusalem akt 2 folge eine folge 2 akt 1 genau das war's mit jerusalem und wenn das display gefallen hat lasst doch mal einen daumen nach oben da und vielleicht ein abo dann sehen wir uns auf jeden fall wieder in der nächsten folge bis dahin haut rein euer space